Hallo alle miteinander und willkommen zu dieser Vorstellung von einem zugegebenermaßen schon etwas älteren Titel von Assassin's Creed 2. Ich bin gerade dabei die ganze Assassin's Creed Reihe nachzuholen, das dauert bei mir leider etwas länger, aber da auf Twitter doch ein paar Leute gesagt haben, ich würde mir auch eine Vorstellung von diesem alten Titel angucken, habe ich mir gedacht, mache ich auch hierzu eine Vorstellung, das Spiel habe ich letztens durchgespielt. Es handelt sich bei Assassin's Creed 2 logischerweise um den zweiten Teil der Assassin's Creed Reihe, hier mache ich noch ein bisschen Eigenwerbung, da habe ich auch ein Let's Play zum ersten Teil gemacht, zu Assassin's Creed kann man sich gerne mal anschauen. Es handelt sich um ein Action Adventure, welches im Jahr 2009 veröffentlicht wurde, also gute sieben Jahre ist das schon her, es wurde von Ubisoft Montreal entwickelt und von Ubisoft dementsprechend gepublished. Es handelt sich um das typische Assassin's Creed Grundprinzip, wer das nicht kennt, man spielt im Endeffekt in zwei Welten, hauptsächlich in der Vergangenheit, aber auch ab und an in der realen Welt, die quasi heute bzw. vor sieben Jahren in etwa darstellt. Dort spielt man einen Hauptcharakter, der dann mit Hilfe eines Gerätes, dem sogenannten Animus, in die Vergangenheit bzw. in die Erinnerung seiner Vorfahren eintaucht. Kommen wir kurz zur Geschichte des Realteils dieses Spiels, da werde ich natürlich ein bisschen spoilern im Geschichtsteil, im Storyteil, aber nur den Anfang, nichts was später passiert. Auch wenn das, glaube ich, in Assassin's Creed alles gar nicht so überraschend war jetzt im zweiten Teil, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall knüpft es direkt an die Handlung des ersten Teils an. Wer sich erinnert oder das Spiel einfach schon kennt, spielt man Desmond Miles, der das aktuelle Versuchsobjekt ist und er flieht momentan mit der ehemaligen Assistentin Lucy Stillman aus Abstergo, eine Firma, die im Endeffekt den Templern gehört, der unter den Templern, deren Kontrolle ist oder ähnliches. Und die fliehen zusammen zu einem Assassinenversteck, wo sie auch noch weitere Charaktere kennenlernen und Desmond nutzt dann hier auch den Animus, den die hier haben, um dann seinem Vorfahren Ezio auf der Spur zu sein, um den zu begleiten, der im späten 15. Jahrhundert in Florenz unterwegs ist, zunächst. Kompletter Name übrigens Ezio Auditore da Firenze. Aussprache ist natürlich nicht meine. Nicht gut, meine ich. Ist auch egal. Dann kommen wir zur Geschichte in der Vergangenheit. Also die Geschichte von Ezio. Man lernt ihn als jungen Mann kennen. Relativ zu Beginn werden sein Vater und seine Brüder verhaftet und nach einem Gespräch mit dem Vater, welches er am Gefängnisturm führt, er klettert also rauf zum Gefängnisturm und redet dann mal mit seinem Vater, was denn so passiert ist und so, gelangt er nach seiner Anweisung dann an eine Assassinenausrüstung. Er hat vorher überhaupt gar keine Ahnung, was Assassinen sind, weiß er vielleicht, aber er hat mit den Assassinen so nichts zu tun gehabt und er wusste bis dahin nicht, dass sein Vater da aber was mit zu tun hat, beziehungsweise seine Familie und findet dort eben eine Assassinenausrüstung und ist dann das erste Mal quasi in Assassinenform unterwegs. Später werden sein Vater und seine Brüder dann auch noch erhängt. Dabei stellt sich dann eben heraus, weil eigentlich hätte ein Vertrauter der Familie die retten sollen, doch es entpuppt sich, dass er quasi ein Verräter ist und ebenfalls irgendwie für die Gegner seiner Familie arbeitet und dementsprechend muss er dann erst einmal mit seiner Schwester und seiner Mutter fliehen und wird dann von seinem Onkel aufgenommen, der eine eigene Villa hat im Endeffekt und dort bleiben sie dann eine Weile und Ezio macht sich dann im Endeffekt auf die Reise, um dann eben die Verschwörungen aufzudecken, die es da so gab, was damit so alles zusammenhängt, um auch dem Tod seines Vaters vor allem und seinen Brüdern auf die Schliche zu kommen und da ist wahrscheinlich auch sehr viel Rache erstmal drin, logischerweise. So viel will ich zur Geschichte sagen, was so die Motivation von Ezio ist, sich durch die Gegend zu bewegen und durch die Städte zu reisen und jetzt will ich was zu den Mechaniken erzählen, die es in Assassin's Creed 2 so gibt. Ich meine grundsätzlich das Rumlaufen etc., das ist aus Assassin's Creed bekannt, doch es gibt doch einige Dinge, die sich verändert haben, die werde ich vornehmlich nennen und ja, wir haben zum einen ein Geldsystem, also wir verfügen nun über Geld, welches wir auf verschiedenen Wege erlangen und auch auf verschiedenen Wegen ausgeben können. Zum einen gibt es die Möglichkeit durch Menschenmengen hindurch zu laufen und einen Diebstahl zu begehen bzw. ein wenig Geld zu stehlen, das sind immer nur kleine Mengen, aber so kommt man zumindest an kleine Mengen Geld, das braucht man eigentlich später nicht mehr machen, man verfügt am Ende über genügend Geld oder relativ schnell, da man auch für Auftragserfüllungen etc. Geld bekommt, aber das ist eine Möglichkeit. Dementsprechend gibt es dann eben auch die Möglichkeit, das Geld auszugeben, habe ich schon gesagt, man kann später Gegenstände kaufen, auf die verschiedene Möglichkeiten, was es da so zu gibt, gehe ich jetzt noch ein und ja, bei verschiedenen Händlern eben irgendwas einzukaufen und dazu gehört eben auch Heilung. Also es gibt zum einen Ärzte, die in den Städten sind, die sind zum einen da zum Heilen, denn die Synchronität und das Lebenssystem funktioniert in Assassin's Creed 2 ein wenig anders. Es füllt sich nicht alles wieder komplett auf, ein wenig füllt sich zwar immer auf, je nachdem, aber komplette Heilung erlangt man nur durch einen Arzt bzw. durch ja sowas ähnliches wie Heiltränke. Ich weiß nicht genau, was das im Spiel jetzt ist, was der Arzt einem da gibt, aber man kann sich dann eben auch portable heilen und da kann man dann eben diese Heiltränke kaufen bei dem Arzt oder sich direkt voll heilen lassen. Außerdem gibt es einen Schmied, dort lassen sich Waffen und Rüstungen kaufen und auch reparieren, da es nach einer Zeit sein kann, dass diese Rüstungen quasi leiden und bestimmte Lebenspunkte, die man im Endeffekt durch die Rüstung gewonnen hat, einfach nicht mehr verfügbar sind, weil die Rüstung sich abnutzt und kaputt geht, die kann man beim Schmied dann auch für einen kleinen Obolus reparieren lassen. Dann gibt es auch noch einen Weber, dort kann man diverse Taschenerweiterungen kaufen, dass man mehr von bestimmten Dingen, auf die ich später noch eingehen werde, tragen kann. Zum Beispiel auch die Heilmittel vom Arzt, Kunsthändler, in welchen man Gemälde kaufen kann und später auch Schatzkarten, auf die ich später auch noch was eingehen werde. Und was mir jetzt noch aufgefallen ist oder eingefallen ist, ist die Möglichkeit Schnellreise zu bezahlen. Das kostet überhaupt nicht viel, aber das sind Beträge, über die man sich echt keine Gedanken machen muss. Das Geldsystem ist nicht sehr knapp oder ähnliches, ist es aber da und deswegen wird das hier erwähnt. Also man kann zwischen Gebieten, man ist später in mehreren Städten unterwegs, dann eben auch per Schnellreise reisen, auch in verschiedene Punkte und das kostet eben auch nochmal ein bisschen Geld. Dann kommen wir zur Villa. Die Villa ist nämlich so eine Art, ja, Zuhause, ein Punkt zum Zurückziehen für Ezio und auch ein Punkt zum Sammeln. Denn die Villa generiert ständig Einnahmen. Die Villa ist in einer kleinen Stadt im Endeffekt, also es sind auch noch einige Häuser. Und das Ganze ist von einer Burgmauer umgeben und durch den Betrieb von eigenen Läden in dieser Stadt kommt auch Geld rein und diese ständigen Einnahmen kann man sich dann nach und nach aus einer Kiste nehmen. Alle 20 Minuten kommt ein gewisser Betrag rein. Dieser Betrag hängt vom Ausbau der Villa ab. Man kann die Villa oder die ganze Stadt im Endeffekt, also dieses kleine Burg, Städtchen, wie auch immer, ausbauen, indem man Geld ausgibt und einem Architekten gibt und dementsprechend kann man dann diverse Institutionen wieder aufbauen. Man kann Läden bauen, man kann diese Läden ausbauen, bekommt in diesen Läden dann auch einen Rabatt im Endeffekt auf die ganzen Sachen, die man da so kaufen kann. Und auch Sachen wie eine Kirche oder ähnliches, die einfach nur die Einnahmen erhöhen. Die eben erwähnten Gemälde zum Beispiel erhöhen auch den Wert dieser Stadt. Und das ist eigentlich so ziemlich die Aufgabe dieser Villa, im Endeffekt Einnahmen zu generieren und von Ezio ausgebaut zu werden, wieder auf einen schönen Stand gebracht zu werden. Wenn wir dann in einer Stadt unterwegs sind, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir spielen die Story weiter, dann gehen wir zu den Story fortsetzenden Erinnerungen im Endeffekt. Das sind dann Ausrufezeichen auf der Karte, wo sich dann die verschiedensten Aufträge hinter verbergen können, die die Story irgendwie vorantreiben. Da ist wirklich alles dabei im Endeffekt, was man sich so vorstellen kann, oder sehr viel zumindest. Ansonsten gibt es natürlich auch noch klassische Nebenmissionen, wie es auch in Assassin's Creed eigentlich sogar hauptsächlich der Fall war. Die sind hier aber tatsächlich hauptsächlich Nebensache. Die müssen nicht sofort gemacht werden und müssen, glaube ich, auch gar nicht gemacht werden. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit zu Rennen, beziehungsweise Rennen zu veranstalten, zu machen, wie auch immer. Man wird meistens von irgendeinem Dieb oder ähnlichem dazu aufgefordert, seine Zeit zu schlagen. Das heißt, man muss dann in einer gewissen Zeit durch bestimmte Kontrollpunkte laufen und dann hat man das Rennen gewonnen. Es gibt Kurieraufgaben, auch das ist eine Art Laufen in Zeit, aber nicht eine vorgegebene Route, sondern nur von A nach B. Und wenn ich mich richtig erinnere, auch wieder zurück nach A, da bin ich mir jetzt gerade aber nicht ganz so sicher. Außerdem gibt es auch noch Auftragsattentate, logischerweise. Die sind auch relativ unterschiedlich. Es gibt manchmal welche, die sind auf Zeit, manche kann man sich so viel Zeit lassen, wie man will. Manche davon müssen unentdeckt geschehen, manche davon, da kann man auch gesehen werden, das ist egal. Und es sind auch oft mehrere Ziele, die eliminiert werden müssen, also nicht immer nur einer. Aber auch das kommt vor. Außerdem gibt es in den Städten Gräber, beziehungsweise Schatzkammern. Die Gräber sind von Assassinen und die Schatzkammern von Templern. Und das ist meistens eine Art Parcours, also das dauert etwas länger. Man geht dann in ein unterirdisches Gewölbe oder eine große Kathedrale oder ähnliches und muss dann eine Art Parcours überwinden, zum Teil auch auf Zeit. Und wenn man das alles geschafft hat und auch eventuellen Templer-Gegnern ausgewichen ist oder sie getötet hat oder ähnliches, dann warten in den Templer-Schatz kann man Geldbelohnungen und in den Assassinengräbern gewisse Schlüsselsteine, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf einen, womit man dann später in der Villa Altair's Rüstung freischalten kann. Wer sich nicht erinnert, das ist der Protagonist aus dem ersten Teil. Außerdem gibt es verschiedene Sammelobjekte in Assassin's Creed 2, zum Beispiel Federn. Es gibt insgesamt 100 Federn zu sammeln. Die Federn haben auch eine Bedeutung, die hängen mit dem einen Bruder von Ezio zusammen und bringen auch tatsächlich was. Und zwar, wenn man 50 von diesen 100 Federn hat, bekommt man eine Waffe. Ich glaube, es ist eine kurze Waffe, also ein kurzes Schwert und bei 100 Federn bekommt man noch einen Umhang. Denn in Assassin's Creed 2 gibt es noch ein Rufsystem, worauf ich gleich noch eingehen werde. Dann gibt es außerdem Glyphen. Das sind von Subjekt 16, also einem eurer Vorgänger. Jetzt sind wir wieder mal in der realen Welt. Ein Vorgänger von Desmond hat in diese Erinnerungen Glyphen eingebaut, welche verschlüsselt sind. Dafür müssen zunächst einige Puzzles gelöst werden und dann bekommt man ein Stück eines Videos. Und nach und nach, wenn man all diese Glyphen gefunden und gesammelt hat, dann sieht man das gesamte Video und entdeckt die Wahrheit. So ist das Ganze im Menü bezeichnet, was sich mit diesen Glyphen und diesem Subjekt 16, ich glaube 16, auseinandersetzt. Außerdem gibt es dann noch Schätze, die sind überall in der Stadt verteilt, alles mögliche an Truhen, über 300 Stück, glaube ich, insgesamt. Wovon in der Regel aber einfach nur ein gewisser Geldbetrag drin ist, um seine Kasse aufzustocken. Außerdem sind in den Städten verschiedene Gruppen unterwegs, zum Beispiel Kurtisanen, Söldner oder Diebe. Die Kurtisanen lassen sich anheuern, um Wachen abzulenken. Man kann ihnen sagen, hier, geh mal bitte in diese Gruppe von Wachen und lenkt die mal ein wenig ab, tanzt ein bisschen vor denen rum und sowas. Und dann sind die erstmal abgelenkt und man kann an denen vorbei, weil die ja zum Teil den Weg blockieren oder ähnliches. Das gleiche machen Söldner auch, allerdings tanzen sie nicht vor den Wachen herum, sondern sie greifen sie einfach an. Sie kämpfen mit einem, auch wenn man selbst angegriffen wird, sind die dann da, um zu helfen. Und als letzte Gruppe haben wir noch die Diebe, welche im Endeffekt zu den Wachen laufen. Sie verärgern, indem sie sie anrempeln und ich glaube auch dann auch was Geld klauen oder ähnliches und dann weglaufen. Und die Wachen rennen ihnen dann hinterher und man hat auch dann freie Bahn. Kommen wir zu den verschiedenen Waffen, die es gibt. Zum einen gibt es natürlich das normale Schwert, das Kurzschwert, die Wurfdolche, die man verwenden kann und die versteckte Klinge, welche aus Assassin's Creed bekannt sein sollten. Es wurden allerdings weitere ergänzt, zum Beispiel eine vergiftete Klinge, womit man heimlich einen Attentatsopfer vor allem vergiften kann, ohne dass irgendwer das mitbekommt. Also wenn man diese Waffe einsetzt, wird man nicht irgendwie angegriffen oder ähnliches. Das Ziel wird sich einen Moment lang normal verhalten und danach langsam an dem Gift verrecken, um es mal so auszudrücken. Und man kann relativ gut unentdeckte Morde begehen. Es gibt tatsächlich eine Pistole. Gut, was die tut, ist auch irgendwo logisch. Man kann Geld werfen, um vor allen Dingen Bürger abzulenken, die dann natürlich rumlaufen und das aufheben. Es gibt Rauchbomben, womit die Gegner einen erstmal nicht mehr sehen können. Und die eben schon erwähnte Heilung gibt es natürlich auch noch. Dann haben wir noch den Punkt Fortbewegung hier auf meiner Liste. Zum einen ist es dann nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern vor allen Dingen später, wenn man nach Venedig kommt, gibt es dann auch Gondeln, beziehungsweise eben diese Boote, diese schwimmenden Gondolieren heißen die ja, glaube ich. Womit man auch tatsächlich fahren kann. Ist, glaube ich, auch ein bisschen schneller als schwimmen, wenn man es richtig anstellt. Aber, ja, das ist eine andere Fortbewegungsart. Außerdem ist es möglich, später einmalig zu fliegen mit einer Flugmaschine, die natürlich noch nicht ein freies Fliegen wie mit einem Jetpack in modernen Spielen oder so ermöglicht, aber man kann zumindest gleiten und über aufgestellten Feuern kann man dann auch wieder Auftrieb bekommen und weiterfliegen. Das ist später in der Kampagne einmal wichtig, beziehungsweise in der Story. Und später in einer Stadt, beziehungsweise einem Gebiet ist das auch dauerhaft verfügbar. Man steigt dann auf einen Turm und kann dann über dieses Gebiet hinwegfliegen, dahin, wo man eben hin will. Und, ähm, einfach nur als Anmerkung, weil es auch noch eine andere Fortbewegungsart ist, die allerdings nur einmalig in der Story vorkommt, ähm, ist man auch noch mit einer Kutsche unterwegs und rast irgendwo lang. Dann kommen wir zu dem Rufsystem, was ich schon angesprochen habe. Man bekommt nun, ähm, für illegale Taten, also ich glaube auch für das Töten von Wachen und so weiter, ähm, füllt sich eine, eine Leiste auf, um euren, ähm, ja, oben links in der Ecke ist so ein Kreis, der füllt sich langsam auf. Wenn dieser voll ist, dann wird man richtig gesucht. Also dann sind die Wachen in Alarmbereitschaft. Und, ähm, um das zu unterbinden, beziehungsweise diesen Ruf wieder runter zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man bringt eine Amtsperson um. Das bringt sehr, sehr viel, was diese, diese, diesen schlechten Ruf quasi angeht. Ähm, man kann Herolde bestechen, das wird also auch etwas Geld kosten. Oder man reißt einfach nur Verhandlungsplakate ab. Das ist also nur, wer jetzt quasi die ganze Zeit rumrennt und die ganze Zeit irgendwelche Dummheiten anstellt, der muss sich dann auch immer damit beschäftigen, dass entweder die Wachen, ähm, alle dauerhaft auf einen aufmerksam, äh, gemacht werden, oder man eben dauerhaft dann, äh, immer wieder andere Sachen machen muss, um diesen Ruf wieder runter zu bekommen. Dann sind wir auch schon im Bewertungsteil von Assassin's Creed 2 angekommen. Ähm, mir gefiel Assassin's Creed 2 tatsächlich ziemlich gut. Ähm, die vielen neuen Mechaniken, die ich eben erwähnt habe, ähm, waren, waren klasse. Ähm, gerade die verschiedenen Waffen, verschiedene Möglichkeiten umzubringen. Auch sind zum Beispiel jetzt auch Attentate aus Heuhaufen möglich und sowas. Ich glaube, das war im ersten Teil noch nicht so. Ähm, auch von oben springend kann man einen Attentat begehen. Das ging, glaube ich, aber schon. Und, äh, einfach verschiedenste Möglichkeiten. Auch die vergiftete Klinge hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die Pistole war interessant. Und, äh, das alles war sehr, sehr cool. Story-technisch, gerade die Charaktere, das Charakterdesign gefiel mir unheimlich gut. Man trifft in der Story auf Leonardo da Vinci, ähm, und der, den finde ich auch super einfach nur. Auch Ezio Auditore ist super. Ähm, und andere Charaktere, auf die man trifft, eben auch. Auch die Schatzkarten, die man beim Kunsthändler kaufen kann, die einem auf der Karte die Schätze anzeigen, ähm, die noch in den Städten sind, finde ich gut. Damit, dann, wenn man die alle sammeln will, und ich weiß nicht, ob das was bringt, weil das habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, es sind über 300. Ähm, dann ist das damit einfach möglich. Also man sieht einfach auf der Karte, welche Schätze sind auch da, welche können noch gesammelt werden. Und die verschwinden dann von der Karte, wenn man sie eingesammelt hat. Sehr, sehr schön. Ähm, die Atmosphäre insgesamt hat mir sehr gefallen. Die Wachen sind intelligenter geworden. Im ersten Teil war es relativ einfach möglich. Man musste nur aus deren Sichtfeld laufen und sich im nächstbesten Heuhaufen verstecken. Ähm, das ist nun nicht mehr so. Die Wachen können nun Dinge in der Nähe durchsuchen. Das heißt, der Punkt, wo man zuletzt gesehen wurde, um diesen herum, ist ein Kreis, auch auf der Karte. Und in diesem Kreis werden die Wachen einen Moment lang noch suchen. Das heißt, wenn man um die Ecke geht und sich sofort am erstbesten Heuhaufen versteckt, dann kommen die Wachen und pieksen in diesen Heuhaufen und man kommt da draußen und haben sie einen wieder. Oder wenn man sich auf eine Bank setzt, auch dieses Versteck gibt es natürlich immer noch, ähm, dann kommen die Wachen, stellen sich vor einen und sagen, ich hab dich gefunden, oder sowas. Und, ähm, auch das macht das Ganze natürlich auch ein wenig realistischer. Dann ist schnelleres Klettern möglich. Im ersten Teil war mir das zum Teil echt zu langsam. Und es ist auch jetzt manchmal bei hohen Türmen immer noch etwas nervig mit dem Klettern, aber es ist deutlich besser geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass man schneller klettert. Ähm, man klettert schneller dann irgendwie mit dem Auffälligkeitsmodus Key. Also das, was man drücken muss, äh, um auffällige Aktionen durchzuführen. Ähm, ist vielleicht auch noch aus dem ersten Teil bekannt. Das Level-Design hat mir gefallen. Denn die Städte, ähm, haben sich zum Teil, oder zumindest die Städte, die ich jetzt gerade so im Kopf hab, haben sich sehr stark unterschieden voneinander im Stil. Und das war dann eben nicht nur immer wieder diese gleiche Stadt wiederholen, die einfach nur größer wurde und dann immer die gleichen Aufgaben durchführen. Es war viel mehr Abwechslung drin. Hat mir gefallen. Und man spielt sogar in einem Teil Altaïr mit der alten Steuerung, die so nervig war. Und das fand ich super cool, um einfach nochmal, ähm, zu sehen, wie das, ähm, wie sich die Steuerung verändert hat, dass sie besser geworden ist, dass man damit besser zurechtkommt und natürlich Altaïr wiederzusehen. Und so diese ganze Referenz zum ersten Teil fand ich sehr, sehr schön. War auch storytechnisch meiner Meinung nach intelligent eingebunden. Allerdings gab's natürlich nicht nur positive Bewertungen, äh, meinerseits. Ich bin da auch, ähm, auf einige Sachen gestoßen, die mir nicht gefallen haben. Ähm, zum Beispiel gleich zu Anfang, die Tasten, die man drücken muss, um bestimmte Sachen auszuführen, haben ein eigenes Bildchen. Das heißt, keine Ahnung, es gibt die Kopftaste und die Handtaste und sowas. Und welche Taste das aber genau ist, das muss man immer nochmal im Menü nachgucken. Also ich hab am Anfang, ähm, mit Tastatur und Maus gespielt, weil ich's mit dem Controller nicht sofort hinbekommen hab. Und, ähm, dann sollte ich dann die Taste drücken und die Taste. Und dann musste ich immer im Menü nachgucken, welche Taste ist das denn jetzt auf meiner Tastatur. Und das war mit dem Controller dann schon leichter, weil dann hat man oben rechts, ich glaub, das war im ersten Teil ja auch schon so, diese vier Knöpfe. Und dann hab ich einfach immer den Knopf gedrückt, der an dieser Position auf dem Controller war, wie er oben in diesem vier... Knöpfe-Ding ist. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, jetzt versteht. Vielleicht blende ich hier ein passendes Bildchen dazu ein. Ähm, hat mir also auf jeden Fall nicht so gut gefallen. Spoiler Brotherhood zum Beispiel, also der Nachfolger, der Ableger des, äh, Assassin's Creed 2 Teils, der storytechnisch daran anschließt, macht das schon besser. Ähm, dann, wenn man die Mini-Map aufruft, beziehungsweise die Karte aufruft, um, äh, sich in einer Stadt zurechtzufinden, ich hatte das Gefühl, die hängt ein wenig, die laggt ein bisschen, ich weiß nicht, sie kam mir performance-technisch nicht gut vor, das hat mir nicht so gut gefallen. Dann auch eigentlich ein No-Go in Videospielen, ähm, ich weiß nicht, wie sie es heute machen, aber es gab unsichtbare Wände, nicht... also es gab natürlich die Wände, wenn man noch nicht in den Bereich konnte, das ist aber für mich erklärbar, das ist im Spiel erklärt. Ähm, auf diese Erinnerung hab ich noch keinen Zugriff, da kann ich nicht hin. Das ist in Ordnung, kein Problem. Aber wenn ich mit einem Pferd unterwegs bin und in eine Stadt reiten will, durch ein Tor, das groß genug ist, dass da locker drei Pferde nebeneinander und übereinander durchpassen und auf dieses Tor zureite, also das ist ja einfach nur noch so ein Torbogen, da ist ja nicht immer ein Tor vor, und ich reite darauf zu und ich bleib an einer unsichtbaren Wand hängen, dann ist das nicht mehr okay, finde ich. War etwas verstörend, äh, als ich dann gegen so eine unsichtbare Wand geknallt bin. Passierte sogar nicht nur da, sondern auch auf irgendwelchen Docks oder sowas. Ähm, sehr unschön. Unsichtbare Wände ohne Erklärung, äh... Nee, danke. Dann bestimmte Zeitparcours waren mir zu knapp, beziehungsweise man musste zu viel wiederholen. Es gab zwar Punkte, die, ähm, Sicherungen waren, das heißt, wenn man runterfiel, konnte man da wieder hoch, aber zum Teil war es dann doch noch nicht ganz gut bestimmt, für meine Verhältnisse zumindest. Gewisse Zeitparcours waren mir zu lang und wenn man dann eben, da wurde die Frustration zu hoch, wenn man einmal dann abgestürzt ist an schwierigen Stellen und dann dauernd den gleichen Stellen nochmal machen musste. Aber gut, das ist in Ordnung. Dann gab es Uplay. Das Ganze ist ein Uplay-Spiel. Ähm, ich bin kein Uplay-Fan und ich hatte tatsächlich auch einmal das, äh, Problem, dass mein Spiel überhaupt nicht mehr gestartet ist und ich musste, das Spiel war in Ordnung, aber ich musste Uplay neu installieren, damit es funktioniert hat und das war schon, naja, also Steam-Daten, äh, lokale Datenüberprüfung hat, glaube ich, gesagt, alles ist in Ordnung und dann musste ich eben Uplay von Hand neu installieren, damit das funktionierte. Hm, okay. Also ich habe es als Negativpunkt aufgezählt. Wer Uplay mag, der kann das getrost ignorieren. Ähm, außerdem gab es noch einige Kleinigkeiten, ähm, einige kleine Bugs oder auch einfach nur viel zu oft wiederholte Sprüche, also dass man jetzt in einem bestimmten, in einer bestimmten Story-Sequenz unterwegs ist und die begleitenden Charaktere einfach immer genau das Gleiche gesagt haben oder sowas, waren jetzt so Kleinigkeiten, die negativ waren, aber halt nichts sonst groß Dramatisches. Ähm, und ein bisschen schade fand ich auch, dass die Federn wieder keinerlei Hilfestellung, äh, man keinerlei Hilfestellung für die Federn bekommen hat. Ähm, bei den Glyphen gab es ein bisschen Hilfestellung, aber auch das war ein bisschen fummelig, nicht ganz optimal gelöst, meiner Meinung nach, aber zumindest haben die Federn diesmal eine Bedeutung und, äh, das war schon mal eine große Verbesserung zum ersten Teil. Ansonsten, äh, bleibt mir nur noch meine Spielzeit. Ich habe bislang 31 Stunden investiert, ich habe noch nicht alle Federn gesammelt, ich bin jetzt bei über 50 Federn auf jeden Fall, aber ich werde wahrscheinlich noch 1, 2, 3 Stunden oder so, weiß ich nicht, kommt drauf an, mit Hilfe von, äh, Online-Karten, die Städte absuchen, um alle Federn zu sammeln, um den letzten Umhang zu bekommen. Ähm, und, dann will ich noch eben kurz was nachtragen, was ich nämlich vergessen habe. Die Umhänge sorgen dafür, dass man diesen Ruf in bestimmten Städten, wenn man da alles kampagnentechnisch erledigt hat, nicht mehr generiert. So, das noch dazu, war vielleicht nicht klar. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen zurückgeblieben sind, ähm, gerne in die Kommentare damit, auch bei irgendwelchen, ähm, Feedbacks oder Ähnliches, das rede ich schon wieder. Wenn ihr Feedback habt für mich, positives, negatives, wie auch immer, gerne in die Kommentare damit, konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video irgendwie helfen, unterhalten oder informieren, keine Ahnung. Und, äh, wir sehen uns dann hoffentlich demnächst bald, irgendwann in einem anderen Video wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Sie scheinen doch meiner Seite zu sein.